Oben denn der gewesen? Mist! So, ich hab hier ne... Ich baue grad ne neue Tür hier ein. Oh oh. Oh Gott, da kommen die... Oh nein! Ach du Scheiße. Jupp. Einer, einer ist drin. Ja. Scheiße. Das war zu spät. Ein HP. Alter. Oh Gott, und unten öffnet sich grade ne... Unten hat sich grade ne Tür geöffnet. Na, GG. Atlas, wir benötigen Blue Glow zur Aktivierung. Hm, haben wir hier irgendwo da? Boah. Alter. Alter. Alter Falter ey. So. Ich geh mal grade gucken, ob ich noch... ...zwei Bären finde. Ich hab noch einen Boden-Dynamo hier. So, da ist ein PA. Was hab ich denn noch? Äh... Ja, ich glaub aber das wird nix. Leute. Ah, da brauchen wir mehr als drei. Ja. Und auch jetzt zum Beispiel... Ein Problem ist bei mir zum Beispiel, ich bin einfach zu schwach noch für die Mission. Ja, aber wenn wir jetzt noch einen vierten dabei hätten, wär das gar kein Problem. Aber dadurch, dass der eine rausgegangen ist... Das hat uns das Genick gebrochen, weil der rausgegangen ist. Ja. Ne, der hat glaub ich auch nur wirklich seine Sachen gefarmt und ist wieder raus. Ja. Und hallo Michi! Guten Morgen fast schon, ne? Alter, wir haben schon wieder auf 12 Uhr gleich. Ja, der hat nur seine Sachen gefarmt und ist wieder rausgegangen. Ist dann natürlich schlecht. Oh nein. Johnny, weg da, weg da, geh weg da! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das ist gut! Mein Fall ist jetzt auch schlücken! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh, dann geh ich jetzt aber erstmal einrauchen, bis Kili da seine Bären geholt hat, wenn das ok ist. Einen Bären brauch ich noch, ja. Ich hab das hier gerade nebenbei noch ein bisschen was abgebaut. Noch mehr. Wird das schon wieder angegriffen, oder was? Ja. Ja, ich mach's schon. Oh Gott. Ok, ich hab wieder ein paar Dings, äh Schrauben. So, einen Bären brauch ich noch, wo... Oh Gott, das ist doch alles immer so weit weg hier, ey. Ach du Scheiße, da ist. Wow. Was denn? Rip. Scheiße. Hast du noch ein Leben zum Respawn? Nein. Das heißt, du bist jetzt komplett Rip. Boah, ich sporte dann quasi wieder an meinem normalen Platz, ne? Aufs Ruhe, das geht doch. Ab dem Startpunkt spornst du ja dann wieder. Schon. Wär jetzt was Schlimmes. Wow. Da ist aber auch kein Bär in der Nähe, das ist doch echt nervig gerade. So. Bin sofort wieder da. Jo. Oh. Komm, hier das Lama, das packe ich auch noch ein. Immer praktisch. Ich bin gerade sehr... voll. Ich glaube, der Migi ist auch schon wieder weg, ne? Ne, der Migi ist noch da. Entschuldigung, wie gesagt, ich war jetzt gerade etwas abgelenkt eben. Äh. Muss ich hier runter? Kann das sein? Och, ernsthaft jetzt? Mistvieh. Gibt's doch gar nicht. Äh. Hier ist nichts mehr schade. Das ist nicht mehr. Ahja. Jo. Ah, ich hab'n Wehr gefunden. Sehr nice, da ist er. So, ein paar Fallen kann ich auch wieder bauen. Ich hab noch ein paar Schrauben dazu gekriegt. So, warte mal. So. Na, zu wenig Bau-, zu viel, zu viel bauen haben wir ja sowieso schon verkackt, also was soll's. Ja. Hier unten baue ich auch direkt mal was hin, besser. So. Oh Gott, echt jetzt? Ich hatte doch gerade jede Menge Schrauben gefunden. Willst du mich jetzt eigentlich trollen, oder was? Wow. Sind sie weg? So, ein Driss. Sind das böse Schrauben? Das sind böse Schrauben, ja. Warte mal. Hier mach' ich noch einen hin. Hier mach' ich so'n altes Ding hin. Warte mal. Düm, 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 düm. Warte mal. Dann haben wir hier noch ein Feld. Und da setzen wir dann das kochenische Ding hin. Zack. So. Ja. Dachfalle wollte ich eigentlich auch noch bauen. Kann ich nicht mehr, verdammt. Jaa, Evie. Jaa, Evie. Jaa, Evie. Jaa, Evie. Also ich brauch definitiv noch ein paar Schrauben. Würd gern noch ein, zwei Dachfallen machen. Und Bodenfalle bräuchte ich auch noch, verdammt. Klappt heute nicht alles. Schaute. Vögel. Vögel. H teat. Vögel. Gucken, vielleicht find ich noch irgendwo ein paar Schrauben. Okay, da sind auch noch ein Monster. Ne, lass mal. Ah, hier ist noch ne Dose. Okay, zwei Schrauben. WTF, ey. Was haben wir denn hier noch? Was bist du? Sprungfläche. Falle. Einpacken, einpacken, einpacken. Ah, nochmal schrauben, sehr gut. Schade. Schade. Nee, nee, nee. Eine Sekunde. Oh, ich komm mal zurück. Hier wär noch ein Bär, okay. Es wird zu gefährlich. Ich muss dich da sofort rausholen. Ernsthaft. Wow. Die will uns jetzt hier rausholen. Scheiße. Hahaha. Oh mein Gott. Wow. Das nennt ich mal ne Niederlage. GG. Oh mein Gott. Ja, jetzt bräuchte ich theoretisch erstmal wieder ein paar Farmrunden, dass ich erstmal wieder meine Utensilien aufstocken könnte. Oh Gott. Zeit war rum, Eevee. Warum kommst du denn nicht in Discord? Wär doch ein bisschen einfacher. Da war die Zeit rum. Na, GG. Scheiße. Oh Mann. Ja, Eevee ist ein bisschen zu spät reingekommen. Das war das Problem. Wow. Level 1 Beute. Best to ever. Aber sowas von. Hahaha. Scheiße. Ja. Läuft, würd ich sagen. Läuft. Die Runde war leicht für den Arsch. Hahaha. Dann brauchen wir zum Überfall.